Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Angry Video Game Nerd Und ich hab mal was ausprobiert, weil wir letzte Folge nur 3 Leben hatten oder so Ich bin mal gestorben und tatsächlich verliert man nicht seinen Fortschritt Und das ist sehr gut Das heißt, ich hab jetzt wieder 29 Leben Weil ich nochmal eins ausprobiert habe Egal Bum, Heavy Candy Phantom What the fuck, it's like a giant unicorn It has severe diarrhea everywhere Oh mein Gott Das ist bunt Und gefährlich, offenbar Das sieht sehr gefährlich aus Au Okay Wow Kann ich das zerstören? Ah, der missthaft mit einem Crack Ja Fuck, das Power bis Ass Ja, nicht sehr nützlich Okay Ah, du bist auch Oh Mann Hier möchte uns alles töten Und alles ist bunt Au Das war eine Falle Das Game ist shitty balls Just trickling out of a rabbit's nut sack Oh Mann Ah, die Musik ist wieder geil Ähm Ah, geil Hopp, hopp Nein Töts mich nicht Töts mich nicht Hab ich da gerade irgendwas Au Ah Ah Alles möchte ich schon bringen Hilfe What the fuck This Game is lame Piss flying out of a Marin's belly button Oh, ich stelle mich da wieder doof an Das war jetzt kein Grund zu sterben Oh Mann, Timing ist ja wirklich alles Das kann ich euch sagen Oh Ist ja beinahe wieder schlechtes Timing gewesen Ah Dich muss ich töten Da bin ich vorher einfach durchgelaufen, oder? Ja Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ähm, natürlich. Das ist die Floße hier runter. Boah. Ah, das ist... Boah, ich kann es gar nicht mal lesen. So schnell geht das weg. Ihr könnt es selber lesen. Really? That's heavy? Hey, das ist ein Happy-Ding. Wieso kommt da ein Stachel aus dem Happy-Teil raus? Das ist aber nicht gut. Muss ich ja alles umdenken. Äh, so. Bam, 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 bam. Oh, Mann, die Leben sind meistens fallen. Das ist nicht schön. Hopp. Aber diesmal nicht. Oh, wir machen das am besten. Dö, 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 dö. Ah. Ah. Hilfe. Das war... Not Sex. No. Das machen wir nochmal. Ohne runterzufliegen. Ohne ein Leben zu verlieren. Boing. Dö, 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 dö. Oh, ich liebe Musik. Bam, Checkpoint. Oh. Okay. Ein... Ah. Jesus, Upgrade. Jesus, war das dann. Upgrade. Ach, dammit. I will have a hobbo. Take it down. Ja, ja. Bla, bla, bla. Bam, 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 bam. Äh. Au. Ach, das hab ich ganz vergessen. Okay, aus Happy-Dingern kommen nur diese Art von Dinger raus. Okay. I understand. Komm, die kaputt. Du gehst doch kaputt, richtig? Ja. Stimmt, ich fände auch festzuzielen. Verstehen und zielen und so rum. Äh. Hopp. 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 Wuuu. Wuuu. No. What the fuck? Okay. Äh. Wir brauchen das. Jesus Upgrade. Ähm. So. Jump. Jump. So geht das. Oh nein. Das, ähm, übersehe ich diesmal nicht. Näh. Komm, die kaputt. Oh ja. Da brauchen wir das schiefes Upgrade. Sowas von. Ich weiß gar nicht, wie wir das nach einem Checkpoint machen sollen. Bam. Nein. Nööö. Noch nicht. Au. Der mit. Voll verkackt im Timing her. Hopp. Na. Der mit. Oh. Das ist. Naja. Es verdient die Bezeichnung nicht leicht. Wenn ich da gerade echt doof anstelle. Komm. Der mit. Ah. Egal. Nicht egal. Der mit. Puh. Dun, 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 dun. Hopp. So kriegt man das zumindest. Aha. Man läuft immer einen Block weiter. Ah. Das müsste ich jetzt eigentlich so langsam wissen. Und auch das Timing. Ist echt nicht so kompliziert. Bam, bam. Dö, 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 dö. Das. Kaputt. Ah. Das ist perfekt. Okay. Ja. Ducken. Damit ducken. Nicht springen. Oh je. Oh je. So. Das haben wir. Ah. Ich muss warten, bis das Ding wieder da ist. Und nochmal. Ah. Es bleibt immer ein Stückchen länger oben. Hier hingegen sind recht human. Bam, 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 dö, dö, dö. Alles sehr eintönige Melodien. Bis jetzt. Bam. So. Kann ich mich da ducken? Ich hab keine Ahnung. Okay. Wartet. Das war sehr nötig. Oh Gott. So. So. Oh je. Dieser Sprung. Gibt mir jetzt schon Probleme. Egal. Schip. Damit das hier geschafft. Oh Gott. Wartet. So. Wie geht das? Sehr schön. Da hinten ist ein Glitscher. Okay. Checkpoint. Das ist wichtig. Was ist da hinten? Shit Beagle. Hätte man den fangen können? I have no idea. Hm. Damn. Yay. Wo wir uns den Glitsch? Ich weiß nicht. Wir müssten den Glitsch anwenden, um den Glitsch zu bekommen. Glaub ich. Äh. Erstmal hier rüber. Ah. Man kann aber einfach da runterlaufen. Okay. Schip. So. Ja toll. Ich seh nichts. Äh. Ich seh ein bisschen was. So. Wow. Bam. Wah. Ah. Nein. Ach come on. Damn. Damn. Ich bin da wieder gespannt auf den Boss. Und das Level genauso lang ist wie das vorherige. Keine Ahnung. Ah. Mein Nasen läuft. Nicht gut. Hopp. Okay. Einfach runterlaufen. Den Hit nehmen. Und wieder hoch. Und heilen. Sehr schön. Warte. Tempo. Ah. So besser. So kann man auch richtig spielen. So. Wir haben hier. Da. Damit. Äh. Please. Ah. Ich hab zumindest ein paar besiegt bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Bam. Das krieg ich auch noch hin. Oh. Ich kenne einfach nur noch die Musik zu hören. Wisst ihr das? Ah. Auch hier ist der. Glitch. Ähm. Kremlin. Auch ganz cool. So. Oh nein. Aber. Man. Doch. Man kann auch höher springen. Oh mein Gott. Hört denn das nie auf? Au. Da ist ein Checkpoint. Gott sei Dank. Haben wir das geschafft. Ähm. Hi. Oh. What the fuck? Ah ja. Das dachte ich mir auch gerade. Damn it. Jetzt hab ich natürlich keinen mehr. Äh. Au. Checkpoint. What the fuck? Was ist das für ein Level? Ah. Das war doof. Egal. Ein Level geopfert, um mich wieder voll zu heilen. Oh. Come on. Au. Ah. Hilfe. Hilfe. Ich würde auf. Kaputt machen. Bevor ich nochmal durchlaufe. Nur mal ein Checkpoint. Das handelt mich jetzt aber sehr an Commander Keen irgendwie. Keine Ahnung wieso. Kann ich euch nicht sagen. Äh. Okay. Ah. Nein. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Hopp. Ah. Einfach drunter durch. Ist leider nicht so leicht. Wie sich das jetzt anhört. Bam 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 bam. Bam bam bam. Aber das gehört zum Level dazu. Okay. Gut. Au. Shit. Das hol ich mir. Das hol ich mir. Und da war nochmal einer, oder? Ah. Okay. Au. Was? No. Ah. Checkpoint erreicht. Yay. Hat das noch gezählt? Ja, hat gezählt. Gott sei Dank. Checkpoint abusing. Oh Mann. Die Le... Was? Das ist doch doof. Also wenn, äh, Plattform außerhalb des Levels ist, dann ist sie nicht da. What the fuck? Okay. Muss man das dann machen? Dup, dup, dup. 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 Ja. Checkpoint erreicht. Yeah. Oh Mann. Okay. Ein Lebenspunkt. Oh. Natürlich. Ein... Ein... I fucking knew it. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh. Wieso sammle ich das Ding ein? Hopp. Okay. Man kann aber die ganze Zeit über Damage zimmer machen. Hopp. Oh. Ist das... Au. Aber da schubst du einen runter. Äh. Okay. Das sollten wir aber schaffen. Es gibt jetzt gar keine alternativen Waffen. Come on. I'm so happy. I'm so happy. Oh nein, oder? Das Ding schmeißt Blumensaat. Die Musik ist wieder geil. Ah. Halten wir mal erst mal. Ich spreche es nach. Und jetzt nicht. Ah. Hat aber immer den gleichen Rhythmus. Okay. Ah. Nicht, dass ich irgendwas anders machen könnte, als hier zu schießen. You should stay here forever and ever. What the fuck? Hilfe? Aber er kümmert sich nicht um mich. Bam. Au. Dammit. Ich muss auch nur seinen Blumen ausweichen. Au. Ich darf... Ah. Ich kann mir die Flasche später nicht holen. Bam. Bam. Come on. Ah. Das ist eine Falle. Der ist so schnell, dass man unten... Au. Möglich ausweichen kann oder sonst irgendwas. Dann... Einleben. Hilfe. Hilfe. Da. Scheint Unicorn. Perfekt. What the heck. What the heck. Oh man. Ist das ein heftiger Boss. So stelle ich mir ein Einhorn auch als Boss vor, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss irgendwann mal die Seiten wechseln. Bam. 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 But why? Bye. 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 besser als letztes Mal. Zehn Tote weniger. Bam! Wir haben das zweite Ding zerstört und what the fuck war das für ein Boss? Ich war teilweise echt ruhig, weil es hat mich dann doch ein bisschen Konzentration gebracht, auch wenn er dann im Endeffekt wirklich leicht war eigentlich. Hm. Naja. Ich würde sagen, das war's für diese Episode. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten würde ich viel Spaß in meinen anderen Displays. Ciao, Leute!